Unser FCS siegt vor über 2000 Zuschauern bei Saisoneröffnung. Unser erster FC Saarbrücken siegt bei der Generalprobe gegen den Wuppertaler SV mit 3 zu 0 durch Tore von Kevin Behrens, Christoph Pfenniger und Martin Dausch. Der FCS machte dabei durchweg ein gutes Spiel. Das Rahmenprogramm bot nebenbei noch so einiges. Neben Speis und Trank konnte man seine Schussgeschwindigkeit messen lassen, sich an der Torwand versuchen oder den Mannschaftsbus besichtigen. Auch die Kleinen kamen voll auf ihre Kosten und konnten auf einer Hüpfburg toben. Nach Abpfiff knipsten Fans fleißig Selfies mit den Profis und sicherten sich das ein oder andere Autogramm. Ein rundum gelungener Tag. Die Vorfreude auf den Saisonauftakt diese Woche Freitag in Ulm ist groß. Bis zum nächsten Mal.